Antenne MV. 100% Mecklenburg-Vorpommern. 100% die beste Comedy für unser Land. Jetzt Bauer Call. Mit gutem Grund. Präsentiert von den Concordia-Versicherungen in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Freunde von Antenne MV, TV Schwerin und MV1. Hier ist wieder euer Bauer Call. Ready to take off. Ich mach dir mal ein Beispiel. Also jahrelang hab ich ja gar nicht gewusst, wenn einer sagt, der ist aber abgehoben, war das bedeutend schon. Aber nur durch den Streik von den Piloten der Lufthansa, da ist mir das völlig klar geworden. Ich mein, ist das ein Wunder? Nur 10.000 bis 20.000 Euro Lohn im Monat. Das ist doch furchtbar. Wie sollst du da als Pilot hinkommen? Mit deiner Penthouse-Wohnung in Frankfurt am Main und mit die Finca auf Malle. Und mit die ganzen Alimente, die du zahlen musst für die Mädels, mit denen die Jungs schon auf Wolke 7 gewesen ist. Also da muss doch mal der Finger in die Brandwunde, nee, in die Absturzstelle der sozialen Marktwirtschaft gelegt werden. Weißt du, so eine Raumpflegerin oder so eine geschwätzige Friseurin, die machen sich mit knapp 5 Euro pro Stunde einfach so vom Acker. Oh, 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 so ein Pilot, der muss sich seinen Porsche drei Monate vom Mund absparen. Ich bin ganz froh, dass Mecklenburg-Vorpommern nicht einen einzigen rentablen Flughafen betreibt, damit wir uns nicht an dieser modernen Sklaverei beteiligen müssen. Nur an die Ausbeutung von den Angestellten im öffentlichen Dienst. Da werden wir wohl nicht drum rum kommen. Hau rin und pisch nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss!